Wolfgang Engels war ein deutscher Schauspieler, Theaterleiter, Hörspiel- und Synchronsprecher. Leben Wolfgang Engels begann seine Theaterlaufbahn 1928 am Schauspielhaus in Leipzig. Bis 1932 spielte er des Weiteren am Staatstheater Dresden und auf den Bühnen in Erfurt, Freiburg, Breisgau, Halberstadt und Krefeld. In der Spielzeit 1941 war er in Darmstadt engagiert. Ab 1945 leitete Engels drei Jahre lang das Stadttheater Konstanz und wechselte dann nach Bremen, wo er bis 1954 blieb. Später wirkte er noch in Bonn, Kassel und an der Landesbühne Hannover. Seit Ende der 1950er Jahre war Wolfgang Engels in einer Vielzahl von Fernsehproduktionen zu sehen. Erstmals in dem 1957 entstandenen Fernsehfilm Korruption unter der Regie von Franz Peter Wirth. Ferner sah man ihn u.a. in dem Straßenfeger der Tod läuft hinterher in dem Fünfteiler Bauern. Bonzen und Bomben nach Hans Fallada und in mehreren Folgen der Krimiserie der Kommissar. Als Synchronsprecher lie Wolfgang Engels u.a. Jean Gabel Eric Porter und Peter Cushing seine Stimme. Darüber hinaus war Engels umfangreich an Hörspielproduktionen beteiligt. So Z.B. in Totentanz von Wolfgang Weihrauch oder Trommeln in der Nacht von Berthold Brecht. Wolfgang Engels war verheiratet mit der Opernsängerin Hannefried Greta. Filmografie Hörspiele Filmografie Filmografie Vielen Dank.